Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Janosch. Heute schauen wir uns mal den Shop an. Und zwar vom 21. Februar. Ich hab auch noch gar nicht reingeschaut. Wir schauen hier jetzt gleich zusammen rein. So, auf jeden Fall haben wir hier die Speerangerin aus Season 10. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, ist das nicht so wirklich meins. So, was haben wir hier? Huckivate. Paket, okay. Season 5. Auch ein etwas älterer Skin. Kann man sich auf jeden Fall geben. Der Style gefällt mir auf jeden Fall. Drip hat der Boy auf jeden Fall. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall noch seinen Gleiter. Und die Spitzhacke hat er natürlich auch. Okay, die Spitzhacke sieht realistisch nice aus. So, dann gehen wir mal runter. Oh. Charlius Maximus. Also das ist der einzige Bananenskin, den ich übelst nice finde. Einfach diese Gladiator-Stadt. Einmal so eine Ausstattung. Gefällt mir auf jeden Fall. Genau, hier hat er auch noch seine Spitzhacke. Ein Schwert. Sehr schön, sehr schön. So, hier haben wir auf jeden Fall Schluckus. So gesehen ein Fake Bane. Nur in einer Fortnite-Variante. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist jetzt nicht so wirklich meins. Genau, dann haben wir hier noch Doppelzappler. Seine Spitzhacke wahrscheinlich. Und Schlürf. Seine Waffenlackierung. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist aber jetzt nicht wirklich so meins. Uh, Frosch-Schwinge. Das ist eins der geilsten Gleiter, die es in dem kompletten Spiel gibt. Auf jeden Fall übelst empfehlenswert. Feier ich übelst. Würde ich mir auf jeden Fall holen. Mir fehlen nur 200 V-Bucks. Weil Kürrauchen. Übelst geiler Skin. Season 5 Skin. Auch schon ein sehr, sehr alter Skin. OG Skin. Würde ich mal so behaupten. So, dann haben wir hier den Taxifahrer. Ja, gut. Wer will, der kann sich den gönnen. Ist jetzt nicht so wirklich meins. Vice haben wir hier auch noch aus. Season 10. Uh, der also mit der Maske. Uh, der hat schon irgendwie Drip, oder nicht, Freunde? Fühle ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch El Dorado. Eine kleine Einspielung an den Schatz. El Dorado. Natürlich jetzt Backblink. Der goldene Burger. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch Business Gate vor. Lenny Mode. Ah, okay. Jetzt nichts Besonderes. Oh, Lowrider Junior. Oha, Digga. Das ist einfach der übelste Flex. Broody. Nice. Ruf zur Schlacht. Und das hat auf jeden Fall auch was. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, dann haben wir hier auf jeden Fall noch den Monarchi Level Up Skin. Ich glaube, ich glaube, auf den hier muss ich noch gar nicht mehr eingehen, oder? Ich meine, das versteht sich ja. Ihr müsst den Leveln. Habt ihr unterschiedliche Missionen? Ihr könnt den 28 mal Leveln. Auf jeden Fall. Wer möchte, kann ihn sich holen? Ich hol den mir auf jeden Fall jetzt fürs erste nicht. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Skiprofi Skins. Einmal hier aus jedem Land. US, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland. ZN, keine Ahnung, was ZN sein soll. Korea und China wahrscheinlich, oder? Würde ich mal so annehmen. Genau, hier habt ihr die auch noch einmal einzeln. Oh, es gibt sogar einen Ski-Mode. Slalom-Style. Oha. Der ist auf jeden Fall neu. Der hat RIP, Digga. Fühlig. Hier nochmal mehr Skiskins. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal die Skiskins Harley Quinn Rebirth. Die gab es ja damals, also falls ihr euch den Comic geholt hattet, zu der Batman Zero-Point-Storyline kostlos dazu bekommen. Jetzt könnt ihr sie euch auf jeden Fall hier kaufen für 1200 V-Bucks. Hier nochmal mit ihrem Backblink, was hinten eine Bombe ist. Hey, das würde mich jetzt interessieren. Kommt da dann der Clown raus? Das können wir uns ja gleich mal reinziehen. Oha, Digga. Einfach der übelste Flex. Okay, dann haben wir hier nochmal die Gotham City Variante. Und die Birds of Prey Variante, oder wie die hieß. Irgendwie sowas war es vorhin, ne? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Sieht auf jeden Fall übelst sick aus. 2000. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem mit Spitzhacke. Mit dem Baseballschläger hier einmal. Und dem Hammer. Nice. Genau, dann haben wir hier noch den Flash Skin. Den habe ich auf jeden Fall. Übelst nicer Skin. Glaube ich habe alles bis auf die Spitzhacke. Genau, kriegt ihr ein Emote, Ladebildschirm, Backblink und Skin. Und ein Emote sogar. Zack. Sehr schön. Haben wir hier Beast Boy. Der ist auch von DC. Kann sich auf jeden Fall in so einen Gorilla verwandeln. Okay. Kann ich auf jeden Fall nicht den Boy da. Aber naja. Dann hat er hier auf jeden Fall noch einen Backblink mit, ich glaube Pizza soll es sein. und einen Playstation Controller oder zumindest irgendeinen Controller. Dann als Spitzhacke hier natürlich noch seinen Baseballschläger. Weshalb die ganzen DC-Charaktere Baseballschläger haben. Fragt mich nicht, Freunde. Oh, Wonder Woman gibt es auch. Okay, interessant. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Wonder Woman Skin gibt. Lul. Okay. Die sieht ja auf jeden Fall übelst sick aus. Hier nochmal in zwei Varianten. Oha, Bruder. Die hat auch Style. Oh, dann gibt es ja auch noch ein Ladebildschirm mit Batman und Superman. Okay, ehrenhaft. Also, wer sich gönnen will von euch Freunde, kann sich das auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir hier natürlich Batman Zero Point. Auch ein richtig geiler Skin aus der Batman Comic Reihe. Es gibt ja jetzt hier schon unterschiedliche Batman Skins. Zack, hier natürlich mit Spitzhacke und Gleiter. Natürlich hier natürlich auch einzutun. Dann haben wir hier die Uncharted Skins. Die zeige ich euch jetzt nicht noch einmal. Da haben wir ja extra ein Video zu gemacht. Dann haben wir hier immer noch die NBA Skins. Bruno Mars ist auch immer noch am Start. Und ich glaube, Bann, das gibt es nichts anderes. So Freunde, falls euch das gefallen hat, lasst ihr doch gerne ein Like da. Und ein Abo wäre natürlich auch schön. Aktiviert die Glocke, um keine Shop-Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Shop-Video wieder. Bis dahin, bis ihr euch wieder in einer wunderbaren Zeit. Und möge die Macht mit das sein. Ciao. Ciao.